Ich würde dich gerne kennenlernen. Ohne welche Absicht würde ich vorlesen. Vielleicht das bitte nicht vorlesen am Anfang. Girls, die tanzen einfach zu hot, real talk. Die ist 14? Na shut up. Dann habe ich nichts gesagt, die ist 12. Es war ja auch eher so eine allgemeine Aussage, Bro. Es war eine allgemeine Aussage. 10. Wow, holy shit. Stell dir vor, du pennst einfach, voll tiefschlaf und wachst durch einen brutalen Schlag in die Fresse auf. Stell dir das mal vor. Bro, die hat 2500 Euro donated. What the fuck. Holy shit. Zwei Monate Donations bei Henkel. Ähm, Samet, ich glaube für dich ist heute erstmal Feierabend. Für dich ist heute erstmal Feierabend. Komm, nächstes Mal wieder. Aber, äh, also, ich merke, du bist nicht mehr in der Lage, teilzunehmen, Digga. Oha. Eine Empfehlung, Chat. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Essen heiß ist oder nicht, tut mit dem Finger einmal reinstecken. Weil, wenn es heiß ist, ist euer Finger heiß. Day 2 of my favorite streamer, die Spinadone und ich. Herzlich Willkommen zu meinem Last Stream. Später, Leute, ab 21 Uhr, Mädchen-WG-React mit drei Kandidatinnen aus der Mädchen-WG. Anna, Luise und Toni und Hanky und Rumatra. Das heißt, wir haben alle fünf heute aus der Mädchen-WG dabei. Wir nehmen dich mit auf unserem Triff ins Schlag. Oh, ne halbe Stunde sind fast 30 Minuten. Oh, Polen. Vor allem, was genau war Pappmaschee auch? Fällt mir auch grad ein. Was war das? Ich hab noch nie, ähm, ne Hecke geschnitten. Hä? Das gibt's doch nicht. Der hat das Spiel gar nicht verstanden. Das gibt's doch nicht. Oh, wie unangenehm. Irgendwie find ich's weird. Ich kann mir, glaub ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern. Und sozusagen, yo, hey, du siehst gut aus. Kann ich eine Nummer haben. Ich hab das ein oder zwei Mal gemacht. Ich kann mir, glaub ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern. Ich sügst grad mit 4 Euro 20, Realtalk. Hast du schon mal einen deiner Stream-Gäste weggesüxt? Janik mit 7 Euro. Sehr schön, Marc! Sehr schön! Ich wollte nicht aufs Obstacle. Ich bin das allererste... Alle sind immer beim Wakeboarden in den ersten drei Metern reingefallen. Und ich hab es geschafft, mich irgendwie... Dass ich weiterfahren konnte. Das Obstacle kam einfach. Du hast mir im Juni viel Glück für meine Ehe gewünscht. Heute Morgen hat meine Frau mich mit einem positiven Schwangerschaftstest geweckt. Oh, mein Beileid. Hinter ist die Hunde. Jemals. Was? 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 Micky, Digga! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Du kannst es schaffen. Was? Du bist so scheiße! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das ist gescriptet, Digga! Lachen wir doch! Das ist gescriptet, das ist abgelegt. Die sind investiert und gewogen. Das kann nicht sein, Digga! Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ich stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept. Oder Big Mac, bahn den Weg. Mhm.